ja neuerstunde wird so schön sagt es geht los ich bin schon wieder russer ja die sind schlecht gelaufen die Daten trotzdem muss es vor mir kommen es nicht so weit zum Helikopter weil genau das Gegenteil Arsch der Welt gespawnt kein Fahrzeug in der Nähe das nervt, das nervt wirklich wenigstens ein Jeep da Dank ist der Jetpilot Nummer 2, ich glaube die beiden sind ein bisschen kollidiert fängt schon gut an haben wieder ein herausragendes Team mal schauen ah die Fabi spielt jetzt in meinem Team mal schauen ob wir bei ihm in den Squad reinkommen nörder da nein das ist voll aber egal dann spielen wir halt mit ihm schauen ob die ihn auf der Map finden dann renne ich mit ihm mit ich bin schon öfters gemacht weil wenn die mit SPA spielen meistens sind die Spots immer so überfüllt dass wir dann 3-4 Spots haben so viele Leute sind und ja dann wird's doch ganz lustig mach ich mal trotzdem mit du stirbst jetzt braver so mag ich das meine Gegner so sterben wer war das? ach komplett erhängen man, bleib halt Ständigkeit nicht lesen das ist glaube ich Fabi das ist glaube ich Fabi der 2. Monat ja das ist ja ich steig auch gleich mit ein ja das ist ja wirklich dann geht's ja schon los hier ich ne wieder meine Raketenwerfer backen warum fährst du nicht? Jo Bull warum fährst du nicht? aber ich hab zu 10 kluge Junge ja dann gib mal Gas das hab ich wieder ausgestiegen ich steh auch mal aus weg oh Mann ey was macht das jetzt? ich glaube er ist rausgeschossen worden geil, ich muss nicht nachladen geile Buck, geile Buck, geile Buck ne den Bagger wollen mich nicht ich will schon den Schieb wieder ja noch ein Schieb schon wieder in Schieb der Bagger blockiert ja alles wir werden abreißen mit dem Bagger aber wann das ich freu mal das Gerümpel von der Straße weg ah verdammt Bagi versus Baum Bagi verliert wo? bitte rechts links 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 egal hauptsache in Folge aus aus der Bahn ihr Penner hoppala wie? wau felsen boah ich hab ja schon wieder den Hut überfahren ich kann nicht bremsen aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ouch fuck 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 man ich hab ja ausgeschossen worden ja man sollte kein Blödsinn machen im Battle-Feed spiel aber es hat jetzt einfach sein müssen wir könnten ja mal so eine Comedy-Serie drehen wirst du wir schauen wir mal in das wort noch mache ich sehr gern aber rot und negativ er hat die vorbilden die lustige und wer piept mich der einen bett locket werden umgepipi diesmal an schlimmer als anstürzen das ist auch schon besser geworden gesundheit Dankeschön was keine Mieterzeit muss auch gelungen muss wenn ich nicht was war das jetzt nein solche Idioten mein Team also niemals wenn sie mit dem Buggy wo fahrt aussteigen weil der unbesitzte Buggy kann äh Buggy kann auch ein Buggy von euch killen also einen ähm Mitfahrer der Gehafter man wie gesagt der Buggy ist dann leer ist dann neutral und tötet auch eigene Leute also niemals einfach aussteigen wenn euch nur Leute sind der Buggy rast rein und macht einen dreifach, vierfach Bettlager und die Tickets werden trotzdem abgezogen also Panzer, Panzer geh halt weg du Idiot nein oh er sitzt im Panzer gegen den Berg oder irgendwas oh und schon wieder ey genau das meine ich ah eben nicht ah das war ein feindlicher ah da eben man 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 her lass es Abend werden okay es ist schon Abend her lass es Morgen werden ich sterb wieder einen Scheißdreck zusammen ey das ist haben wir alle Punkte verloren ja das ist tut mir leid aber das ist grausam ah wir autogenen es passt ja heute wieder alles zusammen so Rakete nein du wirst es natürlich nicht aha da kommt ein Panzer ich muss schon wieder niesen es passt schon wieder alles zusammen ey bitte lalala jetzt rennen wir halt mit meinem Raketenwerfer hier oh da kommt ein Boot von unten über den Platz die sind in der Nase nervt das so ich weiß nicht ob ihr das kennt wenn das Mistding so in der Nase stecken bleibt und ihr könnt nichts tun komm treff 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 ha sauber das wird nicht mal sauber ey stirb stirb scheiß Brot elko dir oh ist ein Seifer hinten oh die haben einen Feind die haben einen Panzer die wichser ey einmal hinten die Raketenzerne rein dann gleich noch mal eine dann haben wir dieselben dann gleich noch mal nachladen dann hat er hier nicht nachgeladen komm wir drehen um dir das scheißteil auf den Rücken damit jetzt geht's rund wie hält denn der aus ach das war er jetzt bumm und der tschitscht jetzt auch mal ab jetzt gehen wir mit der Pistole hier durch nein das sind welche von mir ach wieder von der Nase weggekillt worden ey siehst du sicher noch welche ich kenn doch doch euch hier Amerikaner versteckt euch doch immer gerne genau und rein damit stirb halt nein nein was soll das jetzt ach komm Sanni danke wenigstens verlässlich Sanni haben wir ja nicht gewählt als hier und die wenn du oder wie der Scheiß da gezeigt diese blöde wie ist es eigentlich ein Hui aber ist auch egal fliegt hier rüber und setzt munter Fallschirmspringer ab das ist gar nicht gut und da jetzt kommt die Viper noch und feiern alle Party wir machen ein großes Picknick und wir sind die Sandwich'e auch Aua hey 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 das ist hier grad wie in Stalingrad ey komm 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 nein nein macht mich aber wieder so knapp ah danke dieser Medic ich also ein guter Sanni ist mehr wert als 1000 Ganaten jetzt aber jetzt aber jetzt aber sag mal ey ihr sollt kämpfen und nicht hier die Gegend abreißen was haben sie heute auch nicht abgesehen ach der war auch so knapp e vom Fallschirm alles mit uns betrieben heute aber Muni Scherber Munition die Kelle ach schade hat es rechtzeitig dann machst du nicht Töte dich vor springen die Säden Töten nicht töten nur wieder das ist noch Gerät ausschalten gib du mir mal ein Medikit du nein gib du mir nicht das ist wieder ein Beispiel für einen schlechten Sanni Medikit hinschmeißen wenn der Typ fast im Verrecken ist ja nachrennen Medics nachrennen das kennen wir auch schon ist das Munition ja leg Muni da leg Muni ich hoffe das ist einer von unserem Team hallo ich will einen Raketenwerfer nehmen endlich lad nach das Ding ein Rohr nachladen mal warten dass wir die Hedis kommen ja bei uns legt das auch könnt ihr bezogen so das dürfte reichen so jetzt raulen wir alle hier rum hinten kommt schon wieder der Hui oder die Venom oder wie es jetzt auch heißt der Scheißdruck ey komm 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 dann das gibt es hier auch aber auch hier ein Chat also unsere Luft auf der ist gut das ist schon mal schön wieder Loco ergern Loco ergern immer gut oder Loco weg bei uns dann ist auch dann dann ist klar warum unsere Luft auf der so gut ist so den blinken bis jetzt bleibt jetzt hier mal ich glaube nicht die greifen gleich wieder an die Amerikaner ja der Viper kommt schon wieder wäre schön wenn sie mich drüber fliegen würde könnte ich so richtig gerne angreifen ui der war schön was ist denn mit dem Hans Higismund ja was soll mit ihm sein der spielt doch auf zum Hupen man warum ist doch lustig Karneval ok Hello wie neig ich mir da kommt ein Buggy Enemy wow genau das meine ich ey Glück gehabt jetzt machen wir das hier auf dem G-Style nein was heißt du weißt du weißt du im G-Nest hier schau dir den Medic nebrennt 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 suppressen hier aaa plack machen pack wir hängen fest die hängen fest die hängen immer noch fest was darf man raus auf Tauchstation ach ich hätte wir blüten zusammen und schon wieder hingeblieben vorne ist es feindlich hier halt rein ach halt rein nein er muss den jetzt unbedingt überfahren war wieder nötig war nötig war wirklich nötig kann ja nicht den Gunners erlegen machen nein ich muss ihn ja überfahren und muss uns kennen dass ich entdeckt werde nicht dass ich eine Rakete abkriege herrlich sowas her licht ah das ist Gott gestorben ey gestorben gestorben du stirbst auch gleich nein scheiße er würde eh dauernd reinbringen ja aber eine geile Rakete von mir und der ist down wenn er als er oh mann sagen kann fuck fuck sind einige abgestürgen sind sie irgendwo gelandet ne doch nicht aua ey kann doch geh du dumpfkopf ey aua aber krieg jetzt wieder einen Schuss ab minimap sagt mir hier ist ein Feind man ist eh keiner da auch mit der Sohn Klan und schon wieder ein Shit noch ein Shit denn ist auch ein bisschen langweilig glaube ich hui Hornflug durch oh heil ach du scheiße ey diese Jungs hier nein Weiper sind ein bisschen so auf Kamikaze außer ich habe das Gefühl die hat nicht über äh explodiert ist der da auch Glück ha steigt aus Aussteiger Penner Noob schenk wenigstens den Jet den Kill ich werde das generell was weiß ich nicht verstehe man muss die Ehre haben wenn man ein Shit fliegt und abgeschossen wird und merkt ein anderes besser dass man drin bleibt ich finde die Leute brauchen auch die Kills und wollen auch die Kills genauso wie ihr und es ist einfach nur scheiße einfach abzuspringen schenkt ihm den Kill dann habt ihr einen Tod ist ein digitaler Tod ist doch egal ihr wartet zwei Sekunden könnt ihr meistens wieder im Jet spawnen also es ist ja nicht so einfach gerade zu viele gewinnen ach komm ey hier ist ja schon ein bisschen mal leer geht's gleich auf den Medi ei komm jetzt reicht's mit scheiß auf die komm her jetzt kommt jetzt ein Sunny wieder raus ach mit meiner Waffe mit der AUG A3 war neulich auch eine Gewinnspielfrage bei mir was mein liebiges Sturmgewehr ist und das ist natürlich die AUG A3 ist natürlich ganz klar so wenn man wiederbeleben das macht schon ein anderer der Lebe weil der reanimiert da durch das ist eine Sunny den dem kann man was anfangen wir nehmen jetzt den Bagger hier aus der Ansicht kann ich die Schaufel auch bewegen hoff mal gib mal Gas fahr mal zum Airfield ich glaube ich habe den Bagger noch gar nicht den Kill habe ich auch nicht wollte das Ende machen weil das Ding ist ja Lahmwieser warum brauche ich sowas ein ich hätte dann lieber ein Buggy mit zwei MG's oder keine Ahnung was aber doch nicht sowas das ist doch lahmarschig und ausgestiegen wo ist denn jetzt wer ach das was ist denn heute 98 was ist denn heute los ich habe heute einfach kein Glück wo ist denn der Sieg ist doch noch drauf ja ist noch drauf 13 zu viel er spielt gut ich spiele scheiße mal wieder stirb na endlich mal ach man so eine scheiß runde ja aber ich könnte nichts dafür wir sind nächstes mal wieder ciao weil noch durchdreh hier hier ich bin nicht ich bin ich bin nicht ich bin Untertitelung des ZDF, 2020